Also mein perfekter Urlaub, wie gesagt, ich brauche unbedingt das Meer, ich brauche unbedingt was zu lesen und ich brauche unbedingt meinen Mann, der mir leckeres Essen hat. Der perfekte Urlaub, schön, sonnig, weißer Strand, blaues Meer, mit Familie und Freunden am besten. Meine Kinder, beziehungsweise meine Familie. Also ich brauche auf jeden Fall, ich glaube Standard ist auf jeden Fall ein gutes Buch, was ich dabei haben muss. Dann tatsächlich, auch wenn das jetzt nicht so ein Ding ist, aber ich brauche tatsächlich auch meine Familie. Also ich fahre auch gerne mal alleine weg, aber ich weiß nicht, im Urlaub habe ich auch gerne meine Familie mal dabei. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und das dritte, auf jeden Fall Kopfhörer und mein Handy. Also Musik brauche ich auch auf jeden Fall, wenn ich wegfahre.